Ja, bügeln Sie noch oder lassen Sie schon bügeln? Das ist so ein Privileg, denkt man sich eigentlich. Mal eben die Kleidung zur Reinigung bringen, das ist für die meisten natürlich auch sehr, sehr teuer. Ja, na klar, das ständig zu machen, das geht häufig ins Geld. Aber wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie ab sofort knitterfreie Hemden haben, Hosen haben, Sakkos, Jacken, Blazer, Blusen, egal was. Und das sieht dann so aus. Ja, Sie müssen nichts mehr machen, ne Katja? Das stimmt. Alles wird getrocknet und gleichzeitig gebügelt. Und das ist natürlich jetzt vor allem in dieser kalten Jahreszeit eine Wohltat. Sie haben wahrscheinlich auch die Waschmaschine, aber auch dann keinen Trockner. Dann denkt man sich mal, wie kriege ich die Sachen denn jetzt schnell trocken? Und vor allem dann direkt gebügelt. Na, natürlich mit einer Bügelpuppe. Und die haben wir heute zu einem Wahnsinnspreis für Sie. Schauen Sie mal, 82,60 Euro. Und da ist alles mit dabei. Wir haben hier einmal den Aufsatz für Ihre Hemden, für Ihre Blusen, für Ihre T-Shirts. Wir haben aber auch direkt mit, da neben Anne, den Aufsatz für Ihre Hosen mit dabei. Das heißt, Sie können natürlich jetzt auch Ihre Hosen direkt mit trocknen. Da wird einfach nur der Aufsatz oben gewechselt. Das ist phänomenal. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns hier einmal direkt an. Hier, das hier ist das Herzstück von der Bügelpuppe. Das ist hier dieser untere Aufsatz. Und da können Sie zwischen zwei Stufen einstellen. Wir haben eine Warmluftstufe bei 65 Grad. Die ist perfekt zum Trocknen. Die macht Ihre Wäsche auch direkt keimfrei. Das ist natürlich schön, wenn man Wäsche, die vielleicht so ein bisschen muffig geworden ist, auch mal dementsprechend dann durchtrocknen möchte. Sie waren vielleicht mit der Jacke draußen. Die ist nass geworden. Die muss gut durchtrocknen, damit sie bakterien- und keimfrei ist. Und wir haben eine Kalduftstufe bei 45 Grad. Die ist perfekt, um einfach Kleidung dementsprechend aufzufrischen. Vielleicht hatten Sie ein Sakko an. Das Sakko ist aber jetzt nicht schmutzig. Das Sakko ist nur ein bisschen verknittert. Es soll einfach nur so ein bisschen aufgefrischt werden. Es soll wieder gerade werden. Dann können Sie die Kaltluftstufe nutzen. Zum Trocknen und Bügeln Ihrer Wäsche nutzen Sie bitte immer die Warmluftstufe. Hier im oberen Teil stellen Sie einfach nur die Zeit ein. Und dann macht diese Bügelpuppe alles automatisch. Hier wird die heiße Luft dann nach oben gepustet, im Inneren dieser Puppe. Und das können wir uns direkt auch mal anschauen. Ist ganz spannend gemacht. Hier ist dieses Gebläse verbaut. Ganz hochwertig. Und da ist auch direkt für Sie, schauen Sie mal, wow, ein Kleiderständer mit eingebaut. An diesem Kleiderständer können Sie jetzt zusätzlich auch kleinere Kleidungsstücke befestigen. Das heißt hier zum Beispiel, wenn Sie in der Waschmaschine natürlich auch mal Unterwäsche mit drin hatten. Vielleicht auch die Socken zum Beispiel, kleinere T-Shirts, vielleicht auch von den Kindern oder von den Enkelkindern ein paar Kleinigkeiten. Dann können Sie das alles hier reinhängen, weil wir haben hier bei unserer Premium-Bügelpuppe eine Traglast von 10 Kilo. Also da kann wohl ordentlich schon was drauf. Auch mal eine schwerere Winterjacke zum Beispiel oder dann natürlich auch etwas schwerere Kleidung. Das ist kein Problem. Und dann zieht man diese Bügelpuppe einfach an. Sie nehmen einfach Ihr Hemd zum Beispiel, das Sie gerade aus der Wäsche genommen haben, das noch feucht oder nass ist. Und das wird einfach dieser Puppe einmal angezogen. Also wirklich ganz einfach in der Bedienung. Und wir haben hier eine Premium-Qualität, dieses Nylon, was wir hier sehen. Das ist ein Oxford-Nylon. Also wirklich hier eine Premium-Qualität. Deshalb auch ganz robust, ganz stabil das Ganze. Und da muss man dann wirklich eigentlich auf nichts weiter achten. Wie gesagt, Ihre feuchte Wäsche einfach dementsprechend rausnehmen und hier drüber ziehen. Man kann aber dann auch die Jacken einfach drüber hängen oder zum Beispiel dann, wenn Sie möchten, dann natürlich auch einen Sakko mal drüber spannen. Das kann ich Ihnen auch gleich im Verlauf nochmal zeigen. Das ist sehr schön, um das Ganze dann einfach mal auszulüften. Bei der Hose, wenn Sie eine Hose machen möchten, wie wir jetzt gerade sehen, die wird dann auch mit dem Hosenaufsatz einfach drüber gestülpt. Am besten auf links gedreht, damit das Bügel-Ergebnis am besten ist. Unten die Hose einmal schließen und dann hier einfach die Warmluftstufe einstellen. Dann haben Sie das beste Trocknungs- und Bügel-Ergebnis. Und schauen wir mal, wie glatt die Hose wird. Das ist wirklich sensationell mit einem Bügeleisen. Man kriegt das ja gar nicht so hin. Man macht immer irgendwie eine Knitterfalte rein. Auch unten, man bekommt das gar nicht so glatt hin. Hier aber durch diese Bügelpuppe alles sofort getrocknet. Und auch dann gebügelt bei der Hose. Sie bekommen zum Beispiel eine richtige Jeanshose. Diese dicken Blue-Jeans, die man so kennt. Das dauert lange, bis die trocknen. Genau. Und diese tolle Bügelpuppe kriegt das in unter 30 Minuten hin. Unter 30 Minuten. Das ist natürlich ein sensationelles Ergebnis. Das ist wirklich ganz einfach. Natürlich, weil man auch keine Zeit mehr zum Bügeln selber verbraucht. Schauen wir mal hier, einfach nur anschalten und dann passiert hier alles von alleine. Und das Ergebnis ist wirklich auch perfekt. Das ist das Schöne, weil sich das alles toll glatt sieht. Schauen Sie mal hier, gerade so eine Knopfleiste. Da können wir uns das mal anschauen. Die wird hier perfekt geglättet, perfekt glatt gezogen. Sie sehen das hier, wie schön das Ergebnis ist. Gerade auch hier oben im Kragenbereich. Hast du schon mal so einen Kragenbereich gebügelt, Anne? Oh, das ist ganz schwer. Die Knitterpuppe kommst du meistens nicht zu 100% raus. Schau dir das mal hier an, wie schön der Kragenbereich hier ist. Sie können natürlich diesen Knopf auch noch schließen, wenn Sie möchten. Oder es ist natürlich, wenn Sie das mögen, dass das hier auch so gerade aufgestellt wird, offen lassen. Dann macht die Bügelpuppe das automatisch hier in diesem schönen V. Und auch der Schulterbereich. Das ist immer die Herausforderung beim Bügeln. Hier, das wird alles schön glatt gezogen. Sieht man ja auch hier, ne? Alles hier, ich zeige Ihnen das mal hier von der Seite, ganz, ganz toll, ganz glatt gemacht. Auch die Ärmel, ein ganz tolles glattes Ärmelergebnis, das wir hier haben. Das ist wirklich perfekt. Also da denkt man sich, wow, ne? Das geht nur mit einer Bügelpuppe. Also ich bin wirklich fasziniert, weil man damit auch so viel Zeit spart. Sie müssen zum einen nicht mehr die Wäsche zum Trocknen aufhängen, wie sonst immer. Und dann warten, bis die trocken ist. Und dann auch noch bügeln. Ja, das machen Sie alles in einem Arbeitsschritt. Und für 82 Euro bekommen Sie nicht nur die Bügelpuppe für Hemden, Sakko und Blazer und Co. oder Poloshirts, sondern einen Aufsatz für die Hose. Der ist heute auch noch mit dabei. Das ist alles für 82 Euro. Ich weiß, solche Bügelpuppen, als die rauskamen, die haben früher 100, 200 Euro gekostet. Und da war das meistens nur das Oberteil. Hier bekommen Sie das komplette Set. Also es ist alles dabei, was Sie benötigen. Und das finde ich wirklich faszinierend. Auch für jemanden, der zum Beispiel gar nicht so bügeln kann. So wie ich. Ich bin froh über solche Hilfen. Und auch wenn du wenig Platz hast. Normalerweise brauchst du ein Bügelbrett, dann brauchst du noch vielleicht einen Trockner irgendwie. Und hier hast du alles in einem Arbeitsschritt. Das stimmt. Man hat hier alles zusammen, weil Sie haben ja jetzt hier Ihren Heißlufttrockner. Sie hatten das in Erinnerung. Hier im Inneren können Sie gleichzeitig auch noch Ihre Unterwäsche trocknen. Sie können dann auch Kleinteile drin trocknen, zum Beispiel auch dickere Strümpfe oder sowas. Kann hier alles im Inneren rein. Wir haben hier eine Traglast von 10 Kilo. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ganz, ganz stabil. Sie können hier alles auch draufstellen. Das ist wirklich super gemacht mit dem Kleiderständer, der da im Inneren ist. Die Wäscheklammern im Inneren sind für Sie direkt mit dabei. Auch der Kleiderständer. 10 Kilo Traglast. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel, ich zeige Ihnen das kurz, kann ich sogar hier noch, wenn ich möchte, einen Sakko mit drüber hängen. Wenn das jetzt sogar schon trocken ist, das ist kein Problem. Also auch wenn Sie mal so einen Sakko haben, wenn Sie das auslüften möchten, das ist gar kein Thema. Das kann natürlich hier auch mit drüber gehängt werden. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann man wirklich sehr schön machen. Kann man mit drüber hängen. Zack, zack. Also auch eine ganz tolle Sache. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann können Sie das mit auslüften. Das ist perfekt, weil Sie hier wirklich eine Traglast haben, die immens ist. Auch wenn das Sakko jetzt mal knitterig ist, dann würde ich das natürlich dann ganz drüber hängen und das schön mit auflüften. Das ist einfach nur perfekt, weil die sehr, sehr robust ist. Und Sie haben hier den Trocknungsvorgang und gleichzeitig natürlich dann auch perfekt hier mit dieses tolle Bügelergebnis. Ich finde das aber auch toll für Sakko-Hosen. Das kennen Sie vielleicht auch. So ein Sakko einmal angehabt, nur ein paar Stunden. Und da hat man irgendwo gesessen, ja, im Büro oder im Restaurant. Und man hat dann im Kniebereich hinten immer diese Knitterfalten. Weil man gesessen hat, das kennen Sie vielleicht, sind dann hinten immer die Knitterfalten. Und weil Sie jetzt so eine Hose eine Stunde an hatten, waschen Sie die dann immer gleich. Macht man doch nicht, oder? Einfach mal auslüften. Einfach hier drüber ziehen. Und das brauchen Sie jetzt auch nicht mehr machen. Weil das macht ja hier unsere Bügelpuppe automatisch für Sie. Und so faltenfrei bekommt man das von der Hand nicht hin. Also so perfekt. Das hat schon so wirklich ein bisschen wie die Qualität einer professionellen Reinigung. Man kann ja die Sakko auch immer in die Reinigung bringen, ist aber häufig dann doch sehr teuer. Und genau diesen Bereich meine ich hier. Hier, das ist der Bereich, wo man meistens die Knitterfalten hat vom Sitzen. Ja, weil dann knicken ja meistens die Knie ab und dann hast du immer so einen Knitterbereich. Und deswegen finde ich das hier so schön. Denn für einen Preis von knapp 80 Euro bekommen Sie jetzt endlich sogar Hosen, Händen, Blazer, Sackhose, Anzüge, komplette Anzüge endlich faltenfrei. Müssen die nicht mehr zur Reinigung bringen. Ja, und vor allen Dingen nimmt einem das ja auch so eine Menge Arbeit ab. Was man da immer für Arbeit normalerweise hat, das Aufhängen, dann das Bügeln. Und mir ist das auch schon mal so gegangen. Ich hatte so eine feine Seidenbluse und dann hatte ich das Bügeleisen zu heiß eingestellt. Nein. Die hat jetzt ein Loch, die kann ich nicht mehr anziehen. Und das war 100% Seide. Ja, man muss immer sehr vorsichtig sein. Hier haben Sie wirklich ein schonendes Trocknungs- und auch Bügelergebnis. Ganz, ganz toll. Und Sie sparen ja im Verlauf sehr viel Geld, weil Sie gerade auch hier die Anzüge, die müssen Sie nicht mehr in die Reinigung geben. Die werden immer perfekt aufgefrischt. Schauen Sie mal, ich habe jetzt hier mal über sogar das Hemd, das Sakko, einfach zum Auffrischen mit drüber gegeben. Ich kann Ihnen das auch noch mal von hinten zeigen, damit Sie das sehen. Die Herren, auch die Damen jetzt, die uns zuschauen, Sie kennen das. Der Herr war einmal mit dem Sakko dann im Restaurant oder auf der Feier, hat sich hingesetzt. Hier hinten kommen immer die Falten. Auch wenn man im Auto gesessen hat mit dem Sakko, man hat das angelassen. Dann ist natürlich hier hinten, da ist immer alles verknautscht. Hier hinten ist immer alles verknittert. Da ist immer hier unten, ist immer die Falte drin. Und man denkt sich immer, ach, wie kriege ich das denn jetzt wieder raus? Und da mit dem Bügeleisen dran zu gehen, ist immer ganz tricky, weil da hat man dann schnell auch hier diesen tollen, teureren Stoff dann glänzen. Da muss man ganz vorsichtig sein. Deshalb hier einfach drüber hängen, schön auffrischen. Auch wenn das so ein bisschen riecht, wenn Sie da mit im Lokal waren, wo es vielleicht nach Essen gerochen hat oder vielleicht auch nach Rauch oder sowas, in der Kneipe, dann einfach hier schnell drüber hängen. Sie nehmen die Warmluftstufe, die wir hier haben, bei 65 Grad hier unten eingestellt. Dann nehmen Sie hier eine Zeit. Das reicht ruhig, wenn das 10, 15 Minuten sind. Einfach drüber hängen, dann wird das aufgefrischt. Die Bakterien, die Keime, die gehen raus. Auch der Geruch geht raus. Und Sie haben wieder ein toll aufgefrischtes, perfektes Sakko hier, das Sie wieder schön anziehen können, ohne Falten, ohne Gerüche. Mensch, da muss ich ja wirklich gar nichts mehr machen. Das ist doch perfekt. Vielleicht auch perfekt für Sie. Dann sollten Sie jetzt zugreifen mit folgender Bestellnummer. Der NX 89, 41 und der 569. Und Sie bekommen die komplette Bügelpuppe. Also Sie bekommen den Hosenaufsatz. Und Sie bekommen natürlich auch im oberen Teil hier, also gerade so Sackos, Hemden, Blusen, Blazer, dafür ist es gut geeignet. Und im inneren Teil sogar noch mal für die Unterwäsche, für Söckchen, für BHs, was auch immer Sie haben, was ja auch nicht jeder sehen soll. Es ist direkt einsetzbar, es hat ein kompaktes Maß. Man kann das auch später, wenn die Luft raus ist, einfach zusammenpacken. Das ist schon eine enorme Erleichterung auch für den Alltag. Jetzt ist alles knitterfrei und sogar keimfrei. Wie sieht es denn jetzt mit den Schuhen aus, Kathi? Ja, da habe ich noch was Schönes mitgebracht. Möchte ich Ihnen zeigen, weil wir haben noch einen Zusatzaufsatz. Und den habe ich hier mitgebracht. Der schaut eigentlich, ich zeige das mal, so aus. Also kommt in so einem ganz kleinen Päckchen zu Ihnen. Das ist ein ganz kleiner Aufsatz. Und der kommt dann einfach auf Ihre Bügelpuppe, die Sie sich jetzt bestellt haben, hier oben einmal mit auf das Gebläse, einfach nur so mit draufgesetzt wieder. Also ist wirklich eine ganz einfache Sache. Und hiermit, mit diesem Aufsatz, können Sie jetzt zum Beispiel Ihre Stiefelchen, Ihre Schuhe trocknen, falls die mal feucht oder nass geworden sind. Das hier sind zum Beispiel jetzt meine Stiefel, die ich immer anziehe im Herbst, Winter. Man kennt das ja, Sie kennen das bestimmt auch, wenn man da einmal durch den Regen gelaufen ist, einmal durch die Pfützen gelaufen ist, dann wird das hier alles feucht, alles nass. Ihre Kinder vielleicht oder Ihre Enkelkinder, die sind ja auch so, die springen ja mit Vorliebe in die größten Pfützen. Darin haben die ja auch Spaß. Und wenn die Stiefelchen dann einmal nass sind, wie soll man die denn dann wieder trocken bekommen? Und oft hat man ja auch nur ein Paar für die, ja? Und die muss man ja schnell wieder trocken bekommen. Und da kommt jetzt dieser Trocknungsaufsatz hier zum Einsatz. Gleiches Prinzip, einfach Heißluftstufe einstellen, einfach hier einmal anmachen. Und dann kommen hier diese kleinen Flügelchen, da kommt jetzt hier die heiße Luft raus, einfach in die Schuhe hinein. Und so wird die heiße Luft perfekt in die Schuhe geleitet. Und man hat ein perfektes Trocknungsergebnis in den Schuhen selber. Und zwar ganz, ganz schnell. Und auch hier wichtig, wieder Bakterien und keimfrei, sodass die Schuhe dann auch nicht riechen, dass sie schnell getrocknet werden, Anne. Und funktioniert das auch nur für Schuhe, für Winterstiefel, oder kann ich das für mehrere Sachen nehmen? Das ist das Tolle. Sie können jetzt diesen Aufsatz, den wir hier haben, ganz universell einsetzen, zum Beispiel auch für Ihre Handschuhe, die Sie im Winter jetzt anziehen, die mal nass geworden sind. Sie können es auch für Ihre Skistiefel einsetzen oder auch für die Snowboardstiefel, die Snowboardschuhe. Super. Auch da können Sie es einsetzen. Also es ist wirklich sehr universell einsetzbar, gerade wenn Sie da jetzt auch viel dann draußen sind. Wenn Sie auch so gefütterte Gummistiefel haben zum Beispiel, wenn die mal nass geworden sind innen, die bekommt man ganz schwer trocken. Auch da können Sie es perfekt einsetzen. Also wirklich für alle Winterstiefel, sogar für diese dicken Socken, wenn die mal nass geworden sind. Selbst da kann man das hervorragend einsetzen. Auch mal die Schuhe einfach vorwärmen, bevor man rausgeht in die kalte Jahreszeit. Ja, weil man hat ja wirklich dann oft ganz kalte Füße oder so. Da können Sie das hervorragend verwenden. Und das Tolle ist, es wird wirklich ganz, ganz schnell getrocknet. Ich habe diese Stiefel, habe ich einmal komplett nass gehabt. Es war auf einem Spaziergang, da war es wirklich extrem nass. Wir sind von so einem Regenschauer überrascht worden. Es war komplett nass. Ich habe drei Tage gebraucht, mit Zeitungsreihen gestopft, mit unter die Heizung gestellt. Drei Tage ich die trocken hatte, weil es nichts hat geholfen. Sowas hier macht die innerhalb von kürzester Zeit trocken, weil diese warme Luft genau dorthin geleitet wird, wo es hin soll. Weil man hier wirklich ein effizientes, ein effektives Trocknungsergebnis im Schuh selber hat, durch diese warme Luft, die auch gleichzeitig die Bakterien und Keime tötet, die hier dann normalerweise Gerüche verursachen würden. Deshalb keine Geruchsbildung, Bakterien und Keime abtötend. Ja, das ist vor allem jetzt für 7,55 Euro, das ist dieser Aufsatz. Also das ist ja fast schon geschenkt, wenn man den noch mit dazu bestellt, hier zur Bügelpuppe dazu, dann ist das natürlich das komplette Paket. Also das lässt dann keine Wünsche mehr offen. Sie kennen das vielleicht, auch im Winter meine Schneeballschlacht gemacht und die Handschuhe waren dann irgendwie durchnässt. Und das dauert ja auch, bis die dann wieder trocknen. Und deswegen unser Tipp, komplett das Set bestellen. Hier sehen Sie nämlich auch nochmal die Bestellnummern in der Übersicht. Das ist ganz wichtig für Sie zu wissen. Und gerade Schuhe, wenn die nicht richtig getrocknet werden, dann fängt es an, dass es zu Berüchen kommt, Bakterien. Und das ist natürlich nicht schön. Und gerade hier, die Stiefel von Kati, die haben ja gesehen, das ist richtig dicke Wolle, was da drin ist. Das dauert wirklich ganz, ganz lange, bis die trocknen. Und Sie haben gerade Winterstiefel, man hat ja meistens nur das eine dicke Paar. Und das ist super ärgerlich, wenn man die dann vielleicht nicht richtig trocknet. Und dann fängt es vielleicht an, dass sich da Gerüche bilden. Und manchmal setzt sich dann auch so ein Rand ab. Also es ist wirklich nicht schön. Deswegen für kleines Geld, da würde ich gar nicht lange überlegen. Nein, greifen Sie da jetzt zu. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Für 7,55 Euro bitte gleich mitbestellen. In Kombination mit unserer tollen Bügelpuppe, die wir Ihnen gezeigt haben, die ja hier auch universell einsetzbar ist für Ihre Hemden, für die Blusen, für die T-Shirts. Mit dem Hosenaufsatz heute mit dabei. Ist ganz neu bei uns. Und hier jetzt auch ganz neu für Sie der Aufsatz hier für die Schuhe. Wir hören auch gerade, das erfreut sich großer Beliebtheit. Ganz beliebt wird gerade ganz fleißig bestellt. Wir danken Ihnen natürlich für die Bestellung. Es ist ganz neu hier bei uns im Programm. Dürfen wir wirklich jetzt zum ersten Mal zeigen. Ganz neu. Und ist natürlich jetzt auch, finde ich persönlich, ideal für diese Jahreszeit. Sie haben es selber wahrscheinlich gemerkt, man bekommt die Wäsche überhaupt nicht mehr richtig trocken. Man braucht so ein Warmluftgebläse. Das ist ja quasi auch Ihr kleiner Trockner, den Sie da haben, durch diesen genialen Wäscheständer, der da drin ist. Das finde ich ja so optimal, dass da dieser Wäscheständer drin ist, Anne. Das ist toll. Und dann gleichzeitig auch diese Bügelfunktion. Das ist einfach fantastisch. Also ich finde es wirklich sensationell. Also Sie machen alles richtig. Sie bestellen jetzt. Sie haben hier Ihren Trockner. Sie haben hier gleichzeitig die Bügelfunktion. Und hier auch noch was, um die Schuhe, die Handschuhe und alles direkt immer zu trocknen. Für 7,55 Euro toll. Das ist schon toll, ne? Eine Sorge weniger. Jetzt in der Vorweihnachtszeit hat man ja eh so viel Stress. Wenn der Besuch kommt, was schenke ich den Besuch? Beziehungsweise den Kindern, den Enkelkindern. Was gibt es Weihnachten zu essen? Und gerade so dann die Bügelwäsche. Wenn ein die wenigsten jemand abnehmen kann, dann macht das schon sehr viel aus. Deswegen seien Sie hier schnell. Die ist jetzt schon super stark nachgefragt. Wir hatten die Bügelpuppe schon mal, aber nicht mit Hosenaufsatz und nicht mit Schuhaufsatz. Und da lief die damals schon richtig gut. Und jetzt haben wir das komplette Set für Sie, für diesen fantastischen Preis. Also schnell sein. Und vor allen Dingen, wenn Sie regelmäßig bügeln, kann ich nur sagen, eine enorme Erleichterung. Eine enorme Zeitersparnis. Auch Platzersparnis natürlich. Seien Sie jetzt schnell. Rufen Sie uns an. 0180, 51, 51 und dreimal die 2. Viel Spaß. 9-0- 30�-atmast. Willkommen jetzt die Помähveins ich, die Eingeschtransitze? Willkommen einem